Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, 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 ganz herzlich zu diesem rotundem, entspannenden Haarpugma. Als ich letztens beim Rossmann war, habe ich mir neue Shampoo mitgebracht und noch so ein Haarpflegespray, welches ich euch zeigen wollte. Dann habe ich noch verschiedene Bürsten und Kämme mitgebracht und ja, das wird auf jeden Fall ganz schön. Es gibt ganz tolle Geräusche und dabei wünsche ich uns ganz viel Spaß. Zudem bekommt die liebe Uschi hier noch eine kleine, kleine, kleine Kopfmassage. Kopfmassage. Oh, herrlich. Ich gehöre zu den Menschen, die ihre Haare spätestens, spätestens alle zwei Tage waschen müssen. Also Shampoo ist bei mir ganz schnell weg. Ich beneide die Menschen, die wirklich nur einmal die Woche sich die Haare waschen müssen. So, nehme ich jetzt mal die erste Bürste. Jetzt sind wir die Leise. Also, ich möchte euch bis jetzt aufullehr Cryst. Und hier haben wir, wenn wir, wenn wir Wasser ausziehen, die wir 보고 kommen, sind wirklich gut mal, also nicht nur bei uns, weil da wir diese Haare zum Aufnahmen. Und jetzt mache ich aber auf jeden Fall. Dann mache ich das Ganze mit der Zellnüm. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und zwar die schöne kleine Holzbörse. Du lehnst dich jetzt schön zurück. Wie immer. Machst es dir richtig schön bequem. Kuschelst dich ein. Und genießt einfach jetzt deine Freizeit. Hier mit mir. Stell dir vor. Du bist an Uschis Stelle. Und streiche dir ganz sanft dein Haar. Spiele mit ihm. Streiche sie ganz beruhigend zurück. So, so, so schön. Und Bürste. Und Chemise dir. Und selbstverständlich. Vielen Dank. Das tut so, so gut. Ich habe jetzt hier mal den Stiefkamm. Ich habe jetzt hier mal den Stiefkamm. Ich habe jetzt hier mal die Haare. Die Spitzen schneien. Die Spitzen schneien. Die sind ganz wusselig. Die Spitzen schneien. 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 Hier ein bisschen und da ein bisschen. Hier ein bisschen. Hier ein bisschen. So. Nochmal eben schauen, ob alles gut ist. So. 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 Spüre, wie die feinen, weichen Hoppen die Börse über deine Kopfhaut gleicht. So belebend und so so wohltut. So, dann zeige ich dir mal meine neuen Produkte. Zum einen brauchte ich ein neues Haarspray und da habe ich mich ja wirklich schwer getan. Beim Rossmann, ich brauche so selten Haarspray, ein, zweimal im Jahr. Ja, habe mich dann für das Nevea Haarspray entschieden. Das ist so ein Colorschutz Haarspray. Mit Ulzerit. Oh, die Uhr schon mal ein bisschen stylen. So, ein bisschen Volumen zu herbringen. Das riecht auf jeden Fall lecker, finde ich. Das riecht auf jeden Fall? So. 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 Sehr schön. So. 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 Dann habe ich von der Rossmann-Eigenmarke Isana Professional ein Antispliss-Serum gekauft. Luft, Feuchtigkeit und Pflege mit Reisprotein und Efeu-Extrakt, Antitrockeneffekte, ohne Silikone, für trockenes und müdes Haar. Na, Uschi heißt müde Haare. Nähe, Sklinge. Jetzt aber... so Der Sehraum werde ich jetzt richtig schön einarbeiten, bis in die Spitzen, ganz, ganz wichtig, dass die das abbekommen, weil der Spliss in den Spitzen ganz oder am stärksten ist. Jede Bürste klingt ein wenig anders. So, mit den Bürsten ziehe ich das Produkt jetzt durch das Ganze bis in die Spitze. So, dass jedes einzelne Mal ein bisschen von dem wohltuenden Produkt ab und bekommt und somit schön gepflegt wird. Das Ganze explodiert. So, mit den Spitzen, ganz, 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 ganz. So, so, schön. Man merkt es gleich. Das Haar. Geflecht, weicher, griffiger. Mit diesem Massagetool. Jetzt bringe ich noch zusätzliche Entspannung. Durchblut, die Kopfhaut, damit das Haar schön gesund daraus wachsen kann. Hier werden wir ja schlafen. So, warum noch ein Teil von der Haar? Ja, das ist schon mal. Diese kleinen Massagebällchen Rollen ganz, ganz angenehm über deine Kopfhaut. Ich möchte jetzt gerne mit Uschi tauschen, bevor ich zum Shampoo komme. Was sehe ich nochmal mit meinen Händen? Ich möchte gerne mit Uschi tauschen. 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 Mit den Daumen. Runter zu den Schläfen. Über die Ohren. Über den Ohren. Über die Ohren. Passiert. Runter zum Hinterkopf. So, dann fahr ich nochmal oben. Auf deinen Oberkopf. In dein Arm. Und zieh mal kurz in Wuchsrichtung. Das tut so gut. Es tut so gut. Es nimmt so den Druck raus. Es wirkt unglaublich entspannend. So das gleiche an euch. Da wieder schön in Wuchsrichtung. Herrlich. So eine Abgrünung. Und wer du gehst. Das ist ein Mensch. So eine Abgrünung. Um es zu sehr schön in Wuchsrichtung. Das ist ein Mensch. Höhnen zu schlafen. Wo ging es nicht? Deine Frau. Ich habe die Ohren. Ich habe das mit der Sorge. Ich habe die Ohren. Das ist ein Mensch. So. Ich zeige dir mal ein Shampoo, das ist auch von Isana, von daher auch nicht teuer, ich kann gar nicht mehr sagen wie teuer, 2-3 Euro, so um den Dreh, auf jeden Fall relativ günstig, und zwar ist das Isana Blütenkraft Glanz Shampoo, Glanz, Glanz, Glanz Shampoo. Passionsblüte und Reiswasser, passt dann auch zu der Pflege von eben zu dem Tonikum, was ich hier eingearbeitet habe. Isana Blütenkraft Glanz Shampoo, Passionsblüte und Reiswasser, frei von Silikonen, vegan, 90% natürlichen Ursprungs. Dann mag ich gleich mal testen. Mal testen. Schön nass machen, damit es auch schäumt. Wenn wir zumindest den Sheraton immer von Unterhalt auf einen Kollegen Was ist fertig und Spoiler immer von Hübser hin. Soalnya die Finanz15-PLM-kun-kun-kun-klinik- man das an So. So. Es riecht auf jeden Fall ganz, ganz toll. Muss ich ja mal sagen. Wow. Das fühlt sich auch gut an. So. 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 many leaves. So. 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 Das war's. Das war's.